Yo Leute, was geht ab? Ich muss euch jetzt erstmal ein paar Infos geben zu dem Video, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Denn es waren, ja, man muss sagen, widrige Umstände. Ich hab den Bildschirm, auf den wir gezockt haben, mit meinem iPhone abgefilmt. Wir hatten keine Lampen so richtig, deswegen wird die Facecam nachher immer dunkler. Also, es sind sehr schwierige Umstände gewesen, aber ich wünsche euch trotzdem sehr viel Spaß mit dem Video. Und los geht's! Hey Leute, was geht ab? Mein Bruder und ich, dir, Kevin. Hi, sag was. Wir spielen eine Runde FIFA gegeneinander. Ich hab das letzte Tage schon auf Instagram gepostet, dass ich das erste Match gewonnen hab. 3-3, es ist ausgegangen. Im Elfmeterschießen hab ich gewonnen. Wir wollen hier gar nicht lange umlabern und direkt das Rematch spielen. Es war ein glücklicher Sieg. Ja, es war ein glücklicher Sieg. Ich sag eigentlich souverän. Ein Mann vor mir, drei Tore. Brutale Leistung, brutale Leistung. Wir machen das jetzt zufallsmäßig. Das heißt, jeder drückt dreimal zufällig und dann mindestens drei Sterne Team. Ihr wisst Bescheid. Los geht's! 1. Celtic. Celtic ist in Ordnung, gell? Wenn ich nochmal drücken, muss ich die nehmen, gell? Ja. Komm, ich spiel mit Celtic. Ich spiel mit Celtic, was denn? Dann bin ich an der Reihe. Schweiz. Oh, die BSC Young Boys. Willst du nicht die Young Boys? Oh, Melbourne Victory. Du glücklicher. Bei ihm ist jetzt nämlich der Fall, bei zufällig, man muss eins von den Teams nehmen dann. Und wenn man beim dritten immer noch keins hat, dann musst du jetzt das erste Team nehmen, das mindestens drei Sterne hat. Da würde ich sagen, es ist vom Mittelfeld und der Defensive ein bisschen ausgeglichen, aber mit dem Angriff fehlt einiges. Wir schauen uns jetzt die Teams an und los geht's. Jo, der spielt mit Stirnband. Warum spielt der mit Stirnband? Ist ja kalt. Oh, Trickshot. Also wird nicht einen getroffen. Ich glaube, wir brauchen das Spiel mehr. Mit, oh, Shot Fired. Gutes Spiel, gell? Wir sind gut drauf. Die Fans sind auch alle da. Grüß euch. Wir haben gutes Wetter. Oh, 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 Tricks. Ich habe meine Formation nicht geändert. Ich bin doof. Ja. Nein, doch nicht. Nein, 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 nein Oh, durch zwei! Und der dritte! Schön, schön, ja! Hacken! Jetzt hat er das freie Tor vor sich! Yes! Yes! Stark! Er zeigt auch die Nummer, er zeigt. Neun, habe ich auch früher getragen, die neun. Richtig, richtige Nummer. Schau, wie er schön nach innen geht und dann... Herr Heinz und Kreis, Jungs, das ist alles, was wir brauchen. Gefühlvoll! Gefühlvoll! Ich bin ja Fairplay. Schießrecht! Ah, der... Was macht ihr? Jetzt cross rüber! Weit drüben, habe ich gesagt. Oh, ja. Ja, Hacken, schön! Jetzt drüber, ui! Zucker! Mach ihn rein! Nein, mein eigener Mann! Jetzt! Jetzt! Nein, wo kann der denn hin? Du bist kein Verteidiger! Was macht der denn? Schönes Ding! Das ist ein richtiges Handziehen! Boah, yes! Und jetzt! Durchziehen! Nein! Wie schlecht war das denn? Wo ist der mit... Außen geht er! Stark! Stark! Jetzt bring ihn rein! Schiedsrichter, der schiebt doch! Was ist das für ein Kopfball? Du bist... Du hast ein weißes Trikot an, kein gelbes! Boah, wie groß ist er! That's what she said! Ohohoho! Richtiger Leuchtturm im Mittelfeld! Zieht euch ein bisschen zurück, schön! Die können nichts! Das ist ein richtiger Anti-Fußballer! Ja! Ja, jetzt wie du! Uh! Nein! Torwart drauf! Nein! Echt! Boah, zum Glück Upseids! Das wäre richtig unverdient! Ach! Das war richtig stark! Upsala! Nein! Leuchtturm! Stark im Zeitkampf! Nein! Torwart raus! Torwart! Wieder abseids! Ja! Abseids Falle! Abseids Falle! Ja! Spielt er doch langsam! Schiedsrichter! Der hängt so am Trikot nur dran! Machen wir eigentlich mit Bestrafung? Ja! Ja! Habt ihr schon was überlegt? Jetzt kann er nicht mehr Nein sagen! Torwart! Mit dem sinds Null! Ja! Strafung! 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 Schön! Nochmal Pass! Stark! Er kolt es vorher noch! Pass! Schönes Ding! Zucker! Torwart ist raus! Druck! Ja! Hacke! Hacke! Spitze 1-2-3! Klitsche! Komm Leuchtturm! Noch eine! Stark! Stark! Starkes Tackling! Oder? Schiedsrichter pfeift doch! Oh! Oh! Gut Schiri! Komm! Nein! Schiedsrichter wir haben Halbzeit! Das... Oh! Holy! Hallo Schiedsrichter! Mein Gott! Mein Gott! Oh! Er vertraut seinem Thun! 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 Schau dir das an! Vom... Vom Anstoß! Und da war ein Faul! Ja! Wo denn? Ich bleibs nochmal ein! Ja! Bleib rein! Was? Was? Was für ein Trick war das? Wie sind denn die jetzt von der Rolle? Was ist denn? Die Schotten! Sind die von der Rolle jetzt? Die sind natürlich auf das warme Wetter in Mexiko nicht gewonnen! Was ist denn da los? Schau dir das! Die sind natürlich auf das warme Wetter in Mexiko nicht gewonnen! Hol ihn! Woah! Oh! Big save! What a save! Jetzt sind die von der Rolle jetzt! Scheiße! Holy shit! Jetzt zieh Junge! Zieh! Zieh mit deiner 90er Pace! Oh! Der andere ist auch schnell! Oh! Der ist müde! Und der braucht einen Hackerl! Schau hin! Der zieht einen Hackerl! Und dann zieht er noch eins! Boah! Schau! Schau! Der Schotte! Der Schotte! Der Schotte! Der Schotte lässt sich... Nein! Was? Wieso? Schotte, was tust du da? Oh! Was für ein Ninja-Move das war! Nein! Torwart! Jetzt auf Elfmeter! Du schiebst nicht da! Der hindert ihn am Ausstimmen! Nur fair! Nur fair! Alles im grünen Bereich! Schönes Hackerl! Oh! Scheiße! Was war das? Oh! Revenge! Wahnsinn, ey! Ich geb dir das Meter nicht! Schau mal die Wiederholung an! Boom! Was dafür? Ich geb dir das Meter nicht, ey! Und da! Shit! Ja, da kann man durch mal grätschen! Nochmal! Stark! 68. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Komm! Wieso? Warum geht da keiner hin? 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 Ja, zieht da ihn zweimal auf der Sonne und dann steckt er hin! Kommt ihr zwei Verteidiger, Begleitschutz! Ja, die schotten halt! Die sind müde! Die sind müde! Vielleicht der Querspiel auch noch können! Ja, die Nummer 8! Zack! Was macht denn da? Richtig reingeschoben wie ein Haackstock! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Fuß fahr! Fuß fahr! Nein! Nein! Nicht dein Ernst! Jetzt raus! Jetzt im Gegenzug! Jetzt im Gegenzug! Auf geht's Leuchtturm! Der hat schon gepasst! Taktisch ist voll gelb! Scheiße! Ruhe! Vordern ist auch gelb, meine Freunde! Recht haben wir gelernt! Jetzt sind wir ein Drücker, Jungs! Auf geht's! Die letzten Minuten gehen wir los! Boah, was? Schlag! Top! In der selben Position wie vorher! Schiedsrichter! Eieiei! 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 Okay! Was? Ich wechsle den aus, wenn jetzt ein Tor passiert! Eieiei! Jetzt! Komm, Leuchtturm! Am Schluss zu rennen! Nää! Das ist der Ecke, Torwart! Du bereitst! Du bist der Tämmer, Alter! Yes! Fuck! Was? Wie zieht der denn ab? Er kennt nichts! Ja, kannst du es nicht lügen. Dropkick! Boom! Dropkick ins Glück! Es ist durch! Es geht wieder in die Verlängerung! Nein, er kommt von der Seite! Ich schaue noch gar nicht auf den! Schiedsrichter? Pfeif ab! Pfeif ab! Es ist durch! Es geht wieder in die Verlängerung! No way! Läng dich hin! Nein! Jetzt! Jetzt! Wie ist das? Nur verdient! Wie ist das möglich? Nein! Es kann nicht sein! Es ist doch nicht wahr! Nein! Und ich... Schiedsrichter! Ja! Ja, die Ecke... Die hätte niemals... Pfeif! Passieren dürfen! Okay, Solo! Oh! Han Solo! Jetzt fällt der ab! So, wir wollen jetzt die Bestrafung! Jetzt fällt... Jetzt fällt der ab! Wie unverdient! Was gibt es denn da? Zwei Minuten in der... Zwei Tore in der 90. Jetzt... Weil jetzt fängt er an mit Bestrafung! Warte, weil du so bist! Jetzt... Kennst du den? Warte, weil du so bist! Jetzt fängt er an mit Bestrafung! Wir überlegen uns eine Bestrafung und dann schauen wir mal wo wir uns wiedersehen! Bis gleich! Boom! Hier ist die Bestrafung! Wir stehen hier bei uns im Badezimmer und ich werde mich jetzt ein wenig lockerer machen! Du kannst die Kamera bei ihm halten! Danke dir! Ich ziehe hier die Jacke aus! Ne! Okay! Käppi runter! Haare! Wuhuuu! On fleek! Jetzt steige ich hier in die Badewanne mit natürlich armeinen Klamotten! Und dann darf der liebe Kevin, weil er gewonnen hat, erstmal... Haben wir uns gedacht, ein Ei auf den Kopf! Da drückst du dich mal ein bisschen? Ich... Jetzt das Ei! Und jetzt kommt's! Und... Was war das? Ahhhh! Scheiße! Das ist gut für die Haare! Haben wir da schon mal gelernt! Oh nein! So! Und jetzt muss ich irgendwo das Bier ausmachen! Da gebe ich mir mal ein wenigstes Bier, dass er selber das hält! Scheiße! Oh! Nein! Jetzt machen wir das Bierchen ab! Ahhhh! Mit der anderen Hand... Jetzt... Das gute Polana... Also das... Kein Proto-Placement hier an der Stelle! Ah, das wird richtig kalt! Das wird richtig scheiße! Ahhhh! 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 Es wird kalt! Ahhhh! 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 Ohhhh! Ahhhh! 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 Das Bier ist noch viel kälter! Es ist noch viel kälter! Es wird so... Ahhhh! Es wird so schön an! Jetzt mach's noch! Ohhhh! Ahhhh! 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 Das war echt ne Scheißidee! No way! No way! No lie! Oh mein Gott! Aber wir haben gewonnen! Oh mein Gott! Oh mein Gott!